Herzlich Willkommen zu Summoners War Chronicles. Heute kam das Video raus, dass Summoners War Chronicles am 9. März global startet. Wir werden uns das folgende Video mal angucken und dann werden wir in das Spiel reingucken und ob es sich lohnt sich zu registrieren, ja oder nein. Wir werden mal ein Fazit darüber machen. Es ist auf jeden Fall Speed. Wir gehen mal zu ein paar Stellen. Hier sieht man noch mal März 9. kommt es raus. Ein vereinzelter Monster bis zu rund 400 Monster. Das werde ich aber gleich alles mal im Game zeigen. Da das Spiel ja noch nicht global ist, spiele ich es gerade auf einem amerikanischen Server seit gut anderthalb Monaten. Und schon sind wir drin. Ihr kennt das ja vielleicht der ein oder anderen aus Summoners War, dass man immer hier diese nervige Werbung bekommt. Das ist hier und bleibt auch so. Auch wenn man hier klickt, don't show this again, kommt das immer wieder. Und ich bin auf den Server Tor, auf einem amerikanischen Server. Und es gab ein Update. Das sieht jetzt alles komplett anders aus. Ich bin gespannt, wie das Spiel auf global kommt, ob wir wirklich den gleichen Content haben, wie die Amerikaner. Oder ob der Content Stück für Stück kommt. So, ich geh mal rauf her. Also, vorweg. In Summoners War Chronicles kann man sich einen von drei Charakteren spielen spielen. Nein, du kannst alle spielen, tatsächlich. Finde ich auch ziemlich geil gemacht, muss ich dazu sagen. Du kannst Makina spielen, Orbea oder Cleve. Und du musst aber mit allen die Story durchspielen, alle Nebenquests machen. Ja, genau. Alle Nebenquests machen. Aber du hast mit allen drei in dieselben Monster. Und in Zukunft ist auch noch geplant, dass weitere Summoner dazukommt. Unter anderem habe ich irgendwo ein Video gesehen, dass noch ein Bogenschütze dazukommt. Ja, finde ich schon cool. Es ist schon interessant. Die Optiken von meinen drei Summonern habe ich alles alleine mir ausgesucht. So sehen die gerade aktuell aus. Ihn, der ist Level 6, den habe ich nur kurz mal angespielt. Das ist halt, ja. Und meine Orbea, die ist halt die, die ich am meisten spiele. Und deswegen gehen wir auch bei ihr rein. Ähm, genau. Hier sieht man halt auch nochmal Account Level. Mein Account ist Level 46. Mein Name. Also alle drei heißen Denkachi. Ob ich nur auf Mann bin, ob die Kleine oder auf sie. Und hier ist halt die Gelder, in der ich gerade aktuell drin bin. Ah, ich habe Controller dran. Ich muss den mal kurz abziehen. So, was ich ganz toll finde, auf jeden Fall, ähm, es gibt einen monatlichen Check-in. Ähm, wie ihr seht, bin ich jetzt schon in Woche zwei. Das heißt, ich spiele das Spiel tatsächlich jetzt sechs Wochen. Und ich kann mir eine Schriftrolle holen. Ähm, ihr seht, es geht auch weiter. Hier kriegt man zum Beispiel zehn Mystic Scrolls, ähm, in Woche vier. Und es fängt, sobald diese Woche vorbei ist, fängt das immer wieder von vorne an. Das finde ich schon mal auch nicht schlecht. Ähm, hier sind andere Events, aber das sind halt dann mehr so, wie man halt Stück für Stück, ähm, was freischaltet. Und immer noch diese Controller-Werbung. Ähm, ja, ich stehe halt mitten auf einer, äh, ich farme hier halt nachts, ähm, mein Schaf habt alleine. So, das ist nämlich das allererste, worauf ich hinaus will. Ähm, man kann das Spiel selber spielen. Oder man spielt das im Auto-Modus. Ähm, dementsprechend sind zum Beispiel hier, ähm, genau, man spielt das im Auto-Modus. Apropos, ich habe vergessen. Man kann, was, was halt wirklich toll an dem Spiel ist, es kommt auf Steam und im App Store bei Google. Und, ähm, je nachdem, ähm, wo drauf ihr spielen wollt, ihr könnt zusammenspielen. Habt ein Freund, äh, nur ein Computer, könnt ihr trotzdem spielen. Ähm, ich finde das geil. Vor allen Dingen, mit einem Account kann ich mal da, wenn ich unterwegs bin, kann ich vom Handy ausspielen. Wenn ich zu Hause bin, spiele ich halt vom PC. Ich finde das mega geil, äh, und das ist echt, wo ich sage, nice to have. So, jedenfalls sind wir jetzt, ähm, bei meiner Orbeer drinne. Ähm, und kurz und knapp dazu gesagt, ähm, jeder Charakter von den ganzen Einzelnen kann, äh, verschiedene Waffen haben. Ähm, unter anderem im Laufe des Spiels kriegt ihr eine Feuerwaffe, eine Wasserwaffe, eine Windwaffe, ähm, eine Lichtwaffe oder eine Dunkelheitswaffe. Ihr könnt halt spielen, tatsächlich, wie es euch recht ist. Ähm, zu den ganzen Kontinenten gesagt, aktuell gibt es nur fünf Kontinente und die Hauptstadt. Also die Hauptstadt, da sind meistens so alle NPCs anzutreffen, aber man kann auch über Menü auf zu den NPCs, ähm, ja, man muss da nicht unbedingt hin ran. So, die erste Stadt, wo ihr anfangen werdet, ist Rudelin. Ähm, dann kommt, ähm, doch tatsächlich Tesca. Ja, ich dachte immer, da ist noch eine Antwort dazwischen. Äh, dann kommt Arya, Florenz und, äh, Rakugama. Wie ihr schon seht, ist, ähm, Rudelin Wasser. Da werdet ihr so, es ist so. Auch der Weltenboss, dort ist Wasser. Bei Tesca halt Feuer, also man sieht's halt, ähm. Und bald kommt noch, äh, eine andere, aber die Frage ist, wo, wo es hinkommt. Hinkommt. Aber naja, gut. Da werden wir uns überraschen lassen. Es kommt auf jeden Fall noch eine sechste dazu. Und die wird, ähm, hier. Ich sag mal Wind. Grün, Wind. Ich weiß nicht, was für ein Element das hier ist. Äh, in Summoners War war es immer Wind. Hier sieht's ein bisschen anders aus. Ähm, so. Und dementsprechend habt ihr halt auch Waffen. Ihr habt Skills. Ihr könnt euren, ähm, Typen skillen. So sieht aktuell meine aus. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht. Ihr habt nur ein bestimmtes Level. Könnt ihr sogar resetten. Und verschiedene Bauweisen ausprobieren. So, wie ihr lustig seid. Das ist halt echt extrem cool gemacht. Ähm, ja. Ähm, wie ihr seht, ist hier massig was los. Vor allen Dingen, ich war heute noch nicht online. Und deswegen ist hier, also wirklich, ähm, Wahnsinn. Diese roten Punkte überall. Ich muss die eigentlich mal wegklicken. Aber wir kommen jetzt mal kurz zu den Monstern. Es ist wie halt in Summoners War. Ihr kriegt ein Monster. Ihr zieht es. Ähm, ihr müsst es runen, equippen. Dann habt jedes Monster seine Power. Und, ähm, ja. Es ist eigentlich wie in Summoners War. Jeder, der Summoners War schon mal gespielt hat. Es ist schon geil. Also hier das Humonalter. Wahnsinn. Äh, okay. Was hier gerade alles los ist. Jeden Tag, ähm, kriegt ihr einmal for free in Summon. Finde ich auch nett. Ähm, wir gucken uns das einfach mal einmal an. Yeah, so richtig spannend. Und dann ist es nur ein 3 Sterne. Ähm, was halt anders ist, als wie in Summoners War. Ähm, zum Beispiel die normalen Scrolls könnt ihr bis zu 4 Sterne ziehen. Es kann auch mit gut Glück, ähm, Lichtmonster dabei sein. Ich weiß nicht, ob 4 Sterne Lichtmonster auch dabei sein können. Das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall bis 3 Sterne habe ich schon bekommen. Ähm, dann gibt's halt wie in jedem Spiel Gilde. Aber zu Gilde und auch zu dem ganzen Content komme ich, äh, in vereinzelte Videos. Äh, ein Achievement hat es. Ist ganz nett. Da komme ich auch noch zu in ein paar Videos. Reittiere. Echt mega. Ich, ich liebe es. Ich liebe Reittiere. Ich liebe Reittiere sammeln. Es ist einfach toll. Also ich habe jetzt schon eins der etwas schnelleren, aber, ähm, es ist einfach... Jeder, der MMOs mag und der auch Summonen mag, der mag, müsste dieses Spiel mögen. Ähm, so viel dazu. Ähm, okay. Zu den einzelnen Spielmonies. Ähm, es gibt, äh, Karius Dungeon. Ähm, hierfür farmt man also die Essenzen für dein Monster, dass du es erwecken kannst. Zum Beispiel ihn habe ich halt so, wie es ist. Ich habe halt angefangen, ihn zu leveln. Ähm, man kann ihn, äh, wakenen Stück für Stück. Und das ist echt lange. Es geht bis 15. Ich weiß gar nicht. Habe ich einen der Nähe? Sie ist noch nicht ganz. Und, ähm, ja. Es ist schon cool. Also sie ist bald 15. Aber wie ihr seht, fehlen mir halt Stücke. Apropos Stücke. So. Was halt wirklich auch richtig nice gemacht ist. Wenn ihr das Monster... So, ihr könnt jedes Monster, wie ihr seht, doppelt, äh, einmal haben. Sobald ihr das Monster ein zweites Mal gezogen habt, ähm, kriegt ihr davon Stücke. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich kann ja mal hier runterscrollen, weil es sind sogar die Ein-Sterne- und Zwei-Sterne-Monster hierbei, die ihr habt. Und es ist echt, es ist Wahnsinn. Äh, in diesem Spiel, ähm, gehen die Monster nur auf, äh, wieder runter. Gehen die Monster, die kann man erworben. Die gehen bis zu Level 70. Das ist das Höchste. Ähm, die macht man höher mit sogenannten Mons. Also ein Drei-Sterne, brauche ein Drei-Sterne-Mon, ein Vier-Sterne, äh, brauche ein Vier-Sterne. Jetzt war ich falsch, ne? Ich war gerade auf dem Fünf-Sterne. Ein Fünf-Sterne-Brauch ein Fünf-Sterne. Äh, genau. Und ein Drei-Sterne. Ich habe kein Drei-Sterne-Vieh bei. Nein, doch sie wäre eins. Hier sieht man das gut. Oder, wenn ihr das gleiche Monster doppelt und dreifach gezogen habt oder eins gar nicht bauen wollt, dann könnt ihr auch von einem anderen Monster das hoch machen. Zum Beispiel habe ich das mir mit ihr gemacht. Auch Spaß. Sie einfach, ähm, hochgezogen. So, zu den Skills. Ähm, ja, muss ich wieder auf den anderen gehen. Gut, hier zum Beispiel. Die Skills kann man hochmachen mit Vier-Sterne-Devil-Mons und mit demselben Monster. Wie man hier sieht, könnte ich jetzt hier raufdrücken, mache Auto-Select und Buff hat dann Skill. Das kommt dann automatisch random auf ein, drauf. Was halt auch ziemlich nice ist. Also, auch wenn ihr doppelt zieht, ihr könnt es halt immer gebrauchen. Und das finde ich halt gerade so gut an diesem Spiel. Ähm, ja, zu den... Hier mit Karyos Dungeon, habe ich ja schon gesagt. Dann müssen wir die Essenzen um die zu Awakening. Awakening ist das. Also, ich weiß nachher nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also, wahrscheinlich erwarten stehen. Evolvem, äh, Hochstufen. Dann hier Skills aufleveln. Level up. Ist auch mega nice gemacht. Ich gehe mal jetzt auf irgendein kleines Vieh drauf. Ähm, zum Beispiel ihn. Gehe hier drauf. Ach so, ja, die gibt es auch wieder. Die kleinen, süßen, ähm, wie heißen die jetzt nochmal? Angel Mons. Man sieht, also, er wäre dann level 36 gut. Aber ich kann auch auto-select und er benutzt das. Und dann, ist er von level 16 auf 50. So an sich, auf der Map, levelt man nicht wirklich. Also, wir können einmal gucken. Ich habe ja den kleinen, süßen hier mit. Ähm, ähm, den kleinen Hark. Der hat 64.462. Ähm, E.P. aktuell, 462. Das merken wir uns mal. Und wir hauen mal den kaputt. Und hauen wieder ab, weil, wenn der andere auch noch stirbt, dann. So, 462. Jetzt verfolgt er mich auch noch. So, am besten gehen wir mal hier irgendwo hin, wo keiner steht. Ähm, 462 habe ich gesagt. Ähm, es ist ein Witz. Es sind zwölf. Also, wenn man bedenkt, zwölf von 129.000 sind es schon eine echt krasse Nummer. Ähm, jo. Dann, Spielmodis. Karius Dungeon hat nur ein Galagans Ruin. Dazu komme ich, ähm, in ein extra Video. Karius Dungeon mache ich auch nochmal genauer in ein extra Video. Also, Trial of Association, das kennt vielleicht der ein oder andere aus Summoner's War. Die Türme auf Normal und Hard. Also, hier sind es 200 Stages. Ähm, diese macht man von 1 hoch. Die werdet man am Anfang nicht schaffen. Denn die höchste Belohnung ist ein Devilmon auf Normal. Ich weiß gar nicht, was auf Hard ist. Also, ich habe Hard hier noch nicht geschafft. Ähm, auf Hard ist es halt eine 4- bis 5-Sterne-Schriftrolle. Kennt man auch aus Summoner's War. Was halt auch wiederum toll ist. Man kriegt hier diese Münzen dazu. Hier ist ein Shop. Man kann sich Zeug aussuchen. Geil. Optik vor allen Dingen. Genau. Apropos Optik. Was richtig cool ist, ist der Dressroom. Erstens. Jede Typset, ähm, Increased Night Type Monster HP bei 442. Also, ich krieg die fest dazu. Egal, was ihr baut. Es ist immer, es wird immer mehr. Das, äh, wirkt sich dann auf eure Power ab. Ähm, diese Sachen müsst ihr, könnt ihr bauen. Ihr müsst halt Items dafür sammeln. Ähm, das sind halt unterschiedliche Materialien, wie ihr hier seht. Ähm, unterschiedlich. Ich baue mal jetzt das. Das kostet halt auch 15.000. So, dann, äh, gehen wir mal kurz auf meine Power. Wir gucken mal, 97.240 habe ich gerade aktuell. Ähm, wo war das hier? Und wir bauen jetzt, äh, ach, das kann ich gar nicht bauen. Äh, hier ist halt auch Crafting-System. Ich finde es halt mega. Ähm, ich baue jetzt mal schnell hier diese Teile, die ich dafür brauche. Äh, ich hoffe, ich konnte fünf bauen. Ja. Ähm, super. Und halt auch Farben könnt ihr auf der Welt. Das finde ich echt, aber das zeige ich alles noch. Äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Das habe ich nochmal gesagt. Ich habe die HP vergessen, ey. Ich bin so, ne? 97.240. Ähm, und wir crafting jetzt das letzte Teil. Und somit habe ich jetzt einen Bonus. 97.240. Hat sich nicht geändert. Also muss ich das doch anhaben? Jetzt ist die Frage. Muss ich das anhaben oder muss ich das nicht anhaben? Das ist nämlich das, was ich mir immer wieder gefragt habe. So, das habe ich. Dressroom. Dressroom, nein. Hier, Closed. Öh, Gott. Woher weiß ich denn jetzt, was hier zusammengehört und was nicht? Äh, ich glaube, das. 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 Äh. Das. Nein, hat sich nichts geändert. Okay. Gut, bringt mir halt nichts viel. Ähm. Aber halt, man hat verschiedene Optiken. Ähm. Man farmt die sich Stück für Stück. Ich finde das halt echt. Wer sowas liebt, vor allen Dingen, äh, in verschiedenen Dungeons. Man baut sich die Sachen selber. Man kann sie sich, ähm, Dings kaufen. Ähm. Ähm. Ich, als Frau ist es besonders toll, äh, seinen Charakter unterschiedlich aussehen zu lassen. Jeder, wie er es mag. Ich mag es gerade so. Höchstens die Haare länder ich mal. Ähm. Ähm, ja. Ähm, ja. Jetzt waren wir bei Closest. Wir wollten eigentlich Spielmodis machen, ne? Ähm. Ähm. Den Turm, den gleichen Turm gibt es halt bis Level 90 für nur Dark-Monster, nur Light-Monster, nur Wind-Monster, nur Wasser-Monster. Ja, und ihr seht halt, wie weit ich bin. Wie gesagt, sechs Wochen spiele ich. Ich habe mich jetzt da auch noch nicht so reingesteigert. Und hier ist dann nochmal so ein anderer Turm. Den kann man übrigens dreimal hintereinander machen. Ähm. Das macht man auch alles nur einmal. Und man kriegt hier so eine, umso öfters man, also viermal kann man eine Stage machen. Und man kriegt dann hier erst beim ersten Mal das, dann beim zweiten Mal das und so weiter und so fort. Ähm. Genau. Dann gibt es hier Path of Grow. Wie der dann später immer auch auf Deutsch heißen wird. Jeden Tag hat man hier sechs Eintritte und kann verschiedene Dungeons machen. Dazu komme ich aber in einem weiteren Video. Eine Expedition, die ändert sich jeden Tag. Äh. Jeden Tag ist hier einer ein anderer Boss. Außer der bleibt immer. Ich habe immer gedacht, das wechselt sich monatlich. Irgendwann hat sich bis jetzt noch nicht einmal seitdem ich spiele, gewechselt. Da hat man 20 Eintritte und kriegt halt einen Haufen Zeug. Was halt auch echt nice ist. Ähm. Dann gibt es Party Dungeons. Dort spielt man mit anderen. Ich habe leider noch nicht alle frei. Ähm. Unter anderem ist dann der Wait. Hier gibt es auch verschiedene. Da werde ich aber auch später nochmal drauf hinzukommen. Dann gibt es Ruptur. Da gibt es auch verschiedene, die sich auch täglich wechseln. Heute ist der. Morgen ist der. Und ich glaube am Wochenende sind dann immer beide. Man muss halt überall sich hochspielen. Man startet halt bei 1 und so weiter und so fort. So gut wie man ist. Und ja. Man kommt da nicht überall rein. Battlefield. Ähm. Mega geiler Modus. Muss ich echt sagen. Dazu komme ich aber auch in einem anderen Video. nochmal. Ich. Ich. Ich hasse PvP. Aber dieser Modus ist mega, mega geil. Ähm. Ähm. Arena. Jeder kennt's. Arena von Summoners War. Ähm. Wir gehen mal rein. Jeder kennt auch, dass die Leute nur eine Dev reinmachen. Kommen wir auch nochmal später zu beiden Arena Modusen. Ähm. Warl Arena ist zeitlich basiert. Da bin ich gespannt, wie es auf EU Server wird. Ob das auf Global wird. Ob da auf welche Zeiten das basiert ist. Weil aktuell sind die Zeiten für mich so ein bisschen naja. Also weil 1 Uhr bis 3 Uhr bis 4 Uhr nachts ist so ein bisschen. Es ist hier schon die aktuelle Zeit auf dem amerikanischen Server. Aber naja. Dann hat man eine Quest. So. Quasi mit Akt 1 fängt man als neuer Spieler an. Und spielt sich hier durch. Und er kriegt unheimlich viele Belohnungen hier in diesem Spiel. Das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, man kann diese Questreihe mit jedem Charakter, den man hat, durchspielen. Also es bleiben immer dieselben Monster. Das heißt, wenn ihr mit Person Nummer 3 dann durchgespielt habt. Oder die anfangen durchzuspielen. Die Monster sind einfach schon hoch. Es ist geil. Ihr seid mega schnell durch. Und äh. Ja, was heißt mega schnell durch. Also 3, 4, 5 Stunden braucht man schon. Aber die Belohnungen sind das echt wert. Also ich hab gestern mal gemacht. Hatte eigentlich kein Gold mehr. Und jetzt hab ich wieder Gold. Ich war eine Million. Es ist einfach nett. Also Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 4. Und ich denk mal, dann wird Akt 6 mit dem neuen Update dazukommen. Dann gibt es Area App Exploration. Das sind so ne kleine Nebenquests. Die werdet ihr auch definitiv machen. Da gibt es halt Belohnungen. Wie wenn ihr am Anfang seid, dann kriegt ihr eine Waffe. Dann kriegt ihr hier so. Für die einzelnen Storyabschnitte kriegt ihr halt unterschiedlich Material. Unter anderem auch Runen, die ihr für eure Monster baut. Äh. Repeat Quest ist auch was. Das werde ich aber in einem extra Video nochmal erläutern. Ähm. Und ja. Wie ihr seht. Belohnung über Belohnung. Und ich weiß, wenn ihr jetzt die Symbole seht, ihr denkt, oh Gott, was ist das alles? Das werde ich alles wirklich in einem extra Video machen. Es ist einfach so zu viel. So, der Summona Pass. Ich weiß ja nicht, ähm, angefangen, wo ich angefangen hab, das Spiel zu spielen, war der Summona Pass. Und zwar hier. Äh. Äh. Nicht Lapis, sondern die Grüne. Ich guck mal nicht auf die Namen. Diese Lupinos war der erste aus dem Summona Pass. Es gab aber schon mal einer vorher. Ist echt, also das kennt ihr wahrscheinlich aus anderen Spielen. Ähm. Hier auf dem Armee-Server. Dailies. Einfach wie in jedem Spiel. Dailies. Und umso mehr Dailies ihr macht, wie ihr hier die Punkte seht, umso mehr Belohnung bekommt ihr. Ist eigentlich ziemlich nett. Weil hier bekommt man am Ende ein Devilmon. Umsonst. Ähm. Ja. Wer will es nicht? Man kann sich den auch kaufen. Ich weiß halt nicht, wie... Ich will jetzt auch nicht auf die Preise eingehen, weil... Ich denke mal, Global und Amerika wird sich weitaus unterscheiden. Ähm. Also es ist schon cool. Also ihr kriegt von Anfang an gleich, ähm, ein, fünf Sternemons. Ob das jetzt nur gut ist oder nicht, ist erstmal dahin gesagt. Und ihr spielt halt Stück für Stück hier durch. Und genau. Area Dungeon ist genauso. Die kann man alle nur einmal machen. Aber ihr kriegt halt hier, ähm, dreimal drei Sternemons, um das halt höher zu machen. Ein bisschen, äh, Dias dazu. Dias sind immer gut zu haben. Ist halt echt, ähm, jo. Das ist natürlich jetzt geil, ne? Monster Stories. Finde ich super nice. Ähm, wir können ja mal durchgucken. Das sind aktuell auf dem Army-Server die Monster Stories. Ich weiß nicht, wenn Global rauskommt, ob die alle schon da sind oder nicht. Ich denke mal, die Ersten werden schon da sein. Ähm, den einen oder anderen. Hier fängt es an mit vier Sterne. Auch vier Sterne. Ist einfach super geil. Ähm. Die Mimik. Ja. Keine Ahnung, warum die hier mit bei ist, äh, ähm, Amazone, mega nice, ähm, to have. Hier diesen Raven feiern. Die Leute auch alle, ähm, hab ihn leider noch nicht hochgelevelt. Ähm, ja. Und hab da Magik kennen. Ach so. Schon mal einen dunklen, den ihr gratis kriegt. Ähm, ob die auf Global schon mit bei ist, genauso wie der Little Knight, weiß ich nicht. Ob der schon mit bei ist, kann ich nicht sagen. Wir werden uns überraschen lassen. Aber es ist geil, man geht rauf, ähm, das schaltet man im Umfang frei. Man geht rauf, man muss Quest 1 machen, man muss eine Quest 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6. Und wuff, kippt man das Monster. Und das war's. Ja, und das mit jedem dieser Monster. Und das ist schon echt, du kriegst hier so viel in den Popo gebuttert, was echt mega, mega nice ist. So, dann jetzt nochmal zu, wir waren ja zum Monaltar. Im Laufe der Zeit kriegt man halt auch Monster Pieces aus, äh, Kisten. Und wenn man 20 Stück hat, so wie den, aber den hab ich schon doppelt, also das sind doppelter, äh, kann man den dann beschwören. Was halt auch mega nice ist. Also, in puncto, vor Registration. Hm. Sage ich. Ihr werdet es schon mitgekriegt haben. Also, laut meiner Meinung, ich suche seit Jahren ein MMO, was ich nicht immer spielen muss. Was ich auch mal AFK spielen muss. Ähm. Oder kann. Äh, was zum Beispiel nebenbei Farben tut. Zum Beispiel, wenn ich das hier mache, ich kann jetzt gehen und, äh, der kämpft für mich. Es ist einfach nur Wahnsinn. Ich find's gut. Andere finden es wiederum scheiße. Ähm. Wer aber nicht immer Zeit hat zu zocken, wer mal nur eine Stunde Zeit hat, ist das Spiel genau richtig. Äh. Obwohl, es ist eigentlich, ja, es gibt hier echt viel zu tun, äh. Aber halt solche Sachen find ich halt nett. Also, die Farben hier Coins, die Farben hier Muts für Gegenstände. Ähm. Ich habe gesagt, man kann hier, äh, auch worften. Man kann hier sammeln in diesem Spiel. Ich bin gerade am, so wie hier. Ja, es ist ein Stein, den kann ich abbauen. Alles tutti frutti, es ist echt so ein MMO und Beschwörungsspiel. Ich liebe Beschwörungen. Ich liebe den Zufall, äh, dass was rauskommt. Und es ist echt, ich rate jeden, registriert euch vor. Vor allen Dingen, ähm, wir gehen mal kurz auf der Samanerseite. Vorgeregistrierung. Also, was bringt uns eine Vorregistrierung? Ähm. Neues Semesterset. Auf jeden Fall habt ihr schon mal ein Kleidungsset, weil sonst seid ihr nackig und seht einfach nicht so geil aus. Ähm. Ist zwar jetzt auch nicht so awesome. Die Haare sind cool. Also für die Orbea, für die ist auch niedlich. Äh. Ja, haben oder nicht haben, auf jeden Fall. Ähm, ihr kriegt ein 4-Sterne-Auswahl-Ticket, was mega, mega geil ist. Ähm, ihr könnt euch auch einfach 1, 1-4-Sterne-Aussuchung aus Rot, äh, aus Rot, ja, aus Feuer, Wasser und Wind. Dann kriegt ihr hier so ein Haarset-Zubehör. Ja, gut, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Äh, dann 3 Angelmonst. Das ist schon nice, ob man es braucht. Ja, okay. Schnell leveln ist immer geil. Ähm, dann kriegt ihr hier so eine Suppen für Heilung. Die könnt ihr unten hier rein machen. Äh, genau, die potten dann halt. Die können sogar den Autopot einstellen, wie ihr ihn haben wollt. Ähm, ob ihr pottet oder nicht. Das ist, wenn ihr euch hier über die Internetseite registriert. Ah, und 300 Ahir-Befehle. Oh, die braucht ihr unbedingt. Und zwar gibt es zwar hier Befehle, ähm, ja, die braucht man halt für diese Repeat-Quests. Und die sind echt, echt, echt wertvoll. Ähm, so. Wer sich über die Internetseite hier registriert, hier SummonersWord.com, bla bla bla. Einfach SummonersWord.com eingeben. Ihr kommt sofort hierher. Ähm, dann kriegt ihr hier das alles am Tag 1 zugesendet. Wenn das Spiel startet. Natürlich nur, wenn ihr euch mit derselben E-Mail-Adresse registriert, wie, ähm, ja. Ein Spiel wie hier. Genau. So. Wenn ihr das Spiel, ähm, bei Google Play, habe ich es auch vorgeregistriert. Äh, da müsst ihr, glaube ich, drücken, äh, Vorregistration. Und das er automatisch downloadet, wenn das Spiel rauskommt. Am 9. März soll es rauskommen. Und dann kriegt ihr hier dieses feine, süße Hasenbreitmaunt. Was halt echt toll ist. Also ich freue mich. Und ich hoffe, der ist auch schnell. Keine Ahnung. Ich, ähm, kenne es halt nicht. Ähm, ich finde es mega nice. Also, ich kann nur jedem raten. Ähm, registriert euch vor. Und lernt dieses Spiel kennen. Es, es ist einfach genial. Ich finde es, ich finde es toll. Ich suchte es wirklich seitdem. Äh, wenn ich mal auf Steam gucke, ähm, und meine Spielzeit hier betrachte, bin ich bei 811 Stunden in 6 Wochen, wie gesagt. Ich habe es halt auch viel AFK an. Auch nachts farm ich hier, wegen des Archivement, wegen des Books, ähm, und so weiter und so fort. Also, ich sage schon mal vorab, registriert euch, spielt mit mir. Ich werde auf jeden Fall auch eine Gilde aufmachen, auf dem Global Server. Ich freue mich so unglaublich doll. Und, ja, yay, endlich, 9. März. Lasst uns spielen zusammen. Bis dann. Tschüss. Das ist von euch. Bis zum nächsten Mal.